Der NDR stellt die Frage, wie gefährlich ist der Schweizer Historiker? Gar nicht. Der ist ganz friedlich. Der ist ganz friedlich. Allerdings sieht man ja, dass deine Ideen oder die Sachen, die du, was du vorträgst, gefährlich ist. Also nicht du als Person, sondern die Ideen. Was denn? Ja, inhaltlich. Was ist denn gefährlich? Das ist jetzt eine Gegenfrage für mich. Ja, klar. Das ist jetzt natürlich für mich schwierig zu, ich bin ja jemand, ich stehe ja zur radikalen Meinungsfreiheit. Es wäre ja, es ist für mich auch in Ordnung, dass Leute sogar schlechte Ideen verbreiten. Also das ist aber meine Position. Damit will ich nicht sagen, dass du schlechte Ideen verbreitest. Aber was ist gefährlich an meiner Arbeit? Das würde ich wirklich, weißt du, die schreiben ja, was sie wollen. Das ist mal das Erste. Warum ganz so gefährlich ist. Also was ist denn gefährlich an meiner Arbeit? Ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Das löst allen Rassismus auf, allen Sexismus, jede Abwertung.